Es folgt eine Verkaufssendung für Vita Reider von TriStar Direct. Kennen Sie das? Wenn wir älter werden, sitzen wir häufig zu viel und bewegen uns zu wenig. Wir sehen fern oder lesen. Wir wissen, dass wir uns mehr bewegen sollten, können uns aber einfach nicht dazu aufraffen. Kommen Sie jetzt wieder mehr in Bewegung und holen Sie sich Ihre Lebensfreude zurück. Und das geht ganz einfach mit dem neuen und sensationell preisgünstigen Vita Reider. Der Vita Reider bietet Ihnen die Vorteile eines gemäßigten, schonenden Trainings ganz bequem bei Ihnen zu Hause auf dem Stuhl oder auf dem Sofa. Ich habe mehr Energie und gehe jetzt auch öfter unter Leute und mache auch viel mehr. Und ja, der Vita Reider lässt sich auch ganz einfach benutzen. Der Vita Reider bedeutet für mich ein vitales Leben. Es ist einfach leicht und schmerzfrei. Keine komplizierten Workouts, keine anstrengenden Übungen. Der Vita Reider ist leicht zu benutzen und effektiv. Fühlen Sie sich lebendiger, vitaler und rundum wohler. Bringen Sie Bewegung in Ihr Leben mit Vita Reider. Hallo, guten Tag. Ich bin Rob Moss. Diese Sendung ist für ein ganz besonderes Publikum und einen ganz besonderen Zweck gedacht. Wir wollen jenen von Ihnen helfen, die länger leben, ihre Gesundheit fördern und ihr Wohlbefinden steigern wollen. Jeden Tag. Ich bin Krankenpfleger und berate viele Menschen im fortgeschrittenen Alter, wie sie zu ihrer Gesundheit beitragen und Stürze und Verletzungen vermeiden können. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Dennoch setzen es viele von uns nicht um. Das Schlüsselwort heißt Bewegung. Ja, genau. Schon Bewegung allein kann Ihr Leben positiv verändern. Nun, ich habe eine einfache Lösung für Sie, und zwar den Vita Reider. Er bietet Ihnen eine preiswerte und bequeme Methode, wieder etwas mehr Bewegung in Ihr Leben zu bringen. Der Vita Reider funktioniert ähnlich wie ein Fahrrad, aber er ist leicht und kompakt. Sehen Sie, es ist so einfach wie, naja, Radfahren. Machen Sie es sich auf einem Stuhl oder dem Sofa bequem und radeln Sie sich fit. Dabei können Sie auch die Arme trainieren. Die Bewegungen ähneln dem Rudern, sind jedoch sehr schonend. Sie entscheiden, ob Sie nur die Pedale benutzen oder auch den Armtrainer, um Ober- und Unterkörper gleichzeitig in Schwung zu bringen. Den Vita Reider können Sie überall benutzen, beim Fernsehen, beim Lesen, sogar draußen auf der Terrasse an der frischen Luft. Das Ziel des Vita Reiders ist, Sie wieder in Bewegung zu bringen, ohne dass Sie sich mit anstrengenden Übungen belasten oder komplizierten Geräten und Trainingsabläufen plagen müssen. Bewegung fördert die Gesundheit und der Vita Reider bringt Sie in Bewegung. Der Vita Reider ist einfach, effektiv und ich habe auch keinen Muskelkater danach. Es geht nicht um Muskelaufbau, sondern darum, sich zu bewegen. Mehr, 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 das ist wichtig. Ich kann ihn nur jedem empfehlen. Wenn man wieder etwas mehr vom Leben haben möchte, ist das der erste Schritt. Bei mir ist die Produktexpertin Elisabeth Watts. Hallo Elisabeth. Hallo Rob, danke für die Einladung. Mir ist es besonders wichtig, Qualitätsprodukte zu finden, die dabei helfen, die Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Je älter wir werden, desto schwerer fällt es, uns aktiv zu bleiben. Das ist aber wichtig, denn je mehr man sich bewegt, desto besser fühlt man sich. Genau. Und dabei kann der Vita Reider Ihnen und Ihren Lieben prima helfen. Er bringt Sie in Bewegung. Sehen Sie mal, Sie brauchen nichts weiter als einen Bequem-Sessel, einen Stuhl oder eine Couch. Der Vita Reider lässt sich ganz einfach einstellen. Er passt sich Ihren Bedürfnissen an und hält Ihren Körper in der richtigen Position, damit Sie den optimalen Nutzen aus der Bewegung ziehen. Stellen Sie nun einfach die Füße auf die Pedale und treten Sie. Für einen noch größeren Effekt können Sie dazu auch noch die Handgriffe drehen. So einfach ist das. Mir gefällt, dass man auch nur den Pedalteil verwenden kann und den Vita Reider überall nutzen kann. Die Bewegung ist ganz leicht, das kann wirklich jeder. Aber wichtiger noch, es fördert die Durchblutung und beschleunigt den Puls. Schon ein paar Minuten auf dem Vita Reider jeden Tag haben einen spürbaren Effekt. Selbst Menschen mit Arthritis oder Beschwerden wie nach einem Hüftbruch können durch den Vita Reider profitieren. Die amerikanische Arthritis Foundation empfiehlt mehr Bewegung, da Ihrer Meinung nach ein gemäßigtes Training zur Schmerzlinderung beitragen kann. Wenn Sie etwas tun wollen, um Ihr Wohlbefinden zu steigern und Ihre Gesundheit zukünftig zu fördern, dann sind Sie es sich schuldig, den Vita Reider zu testen. Und wenn Sie sich Sorgen um ein Familienmitglied machen, ist der Vita Reider vielleicht die optimale Lösung für denjenigen, um in Bewegung zu kommen und das Leben wieder mehr zu genießen. So wie beispielsweise Peter Marzilli. Er hat den Vita Reider für seinen Vater besorgt. Hören Sie, was die beiden dazu sagen. Mit ihm ging es stetig bergab. Er war sehr lustlos. So geht es wohl vielen, wenn wir älter werden. Wir halten es für normal, dass wir so antriebsarm und energielos sind. Wir tun nicht mehr die Dinge, die wir früher taten, vernachlässigen unsere Hobbys. Und genau das bemerkte ich bei ihm. Und da dachte ich mir, vielleicht wird es besser, wenn wir zusammen ins Fitnessstudio gehen. Aber mein Vater ist 73. Ich konnte ihn nicht dazu bewegen, mitzukommen und Gewichte zu stemmen. Und die Laufbänder und Crosstrainer wären wohl auch viel zu anstrengend für ihn gewesen. Ich fange nicht an zu joggen. Joggen ist nichts für mich. Wissen Sie, was ich gerne mache? Ich spiele gern Golf. Das war auch immer mein Hobby gewesen, ebenso wie Angeln. Aber ich konnte mich einfach nicht mehr dazu aufraffen. Vieles spielt sich hier oben ab. Daher braucht man so etwas wie eine Motivation, etwas, das einen in Bewegung bringt, etwas, woran man Spaß hat. Und das einem wieder mehr Energie gibt, ohne dass man mit einem Muskelkater nach Hause kommt. Ich kann die Beine in meinem Tempo trainieren, ebenso wie die Arme, wenn ich will. Und das spüre ich auch hier drin. Er sorgt für diese kreisende Bewegung und dadurch trainiert man die Beine und die Arme ganz schonend, ohne sich zu belasten. Das ist gut für das hier und es ist gut für das hier. Das ist großartig. Der Vita-Rider hat Peters Vater geholfen, aktiver zu werden. Die einfachen Bewegungen helfen ihm dabei, sein Leben und seine Familie wieder mehr zu genießen. Und für Sie kann er dasselbe tun. Nutzen Sie die fantastische Gelegenheit und bestellen Sie den Vita-Rider für sich oder einen lieben Menschen. Er könnte buchstäblich Leben verändern. Kommen Sie mit dem Vita-Rider in Bewegung. Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie im Internet. Kennen Sie das? Wenn wir älter werden, sitzen wir häufig zu viel und bewegen uns zu wenig. Wir sehen fern oder lesen. Wir wissen, dass wir uns mehr bewegen sollten, können uns aber einfach nicht dazu aufraffen. Kommen Sie jetzt wieder mehr in Bewegung und holen Sie sich Ihre Lebensfreude zurück. Mit dem Vita-Rider können Sie die Trainingsintensität selbst bestimmen. Der Widerstand ist einstellbar, egal ob Anfänger oder Experte. Sie können langsam anfangen und sich allmählich steigern. Das gemäßigte Training mit dem Vita-Rider fördert die Durchblutung, ist gut fürs Herz, hilft Ihnen bei der Gewichtskontrolle und kann sogar das Gleichgewichtsgefühl und die Konzentration verbessern. Den Vita-Rider können Sie überall benutzen, zu Hause beim Fernsehen, während Sie lesen, sogar im Freien an der frischen Luft oder beim Musik hören. Und das Beste, Sie können auch nur die Pedale des Vita-Rider benutzen und überall trainieren, wo Sie wollen. Außerdem bietet der Vita-Rider diese angenehmen Noppenrollen, die sanft die Füße massieren und die Durchblutung stimulieren, wie eine Mini-Reflexzonen-Massage zu Hause. Sie müssen nicht ins Fitnessstudio gehen und brauchen sich auch keine Gedanken übers Wetter zu machen. Ob Regen oder Schnee, den Vita-Rider können Sie jederzeit ganz bequem bei sich zu Hause benutzen. Er ist robust, leicht und so kompakt, dass man ihn überall benutzen kann. Und er ist zusammenklappbar. Was ist Ihnen Ihre Fitness und Vitalität wert? Bestellen Sie Ihren Vita-Rider jetzt zum sensationell günstigen Preis von nur 79,99 Euro. Sie erhalten den robusten, leichten Vita-Rider, der sich bequem auf Ihre Bedürfnisse einstellen lässt. Trainieren Sie Ober- und Unterkörper gleichzeitig oder auch nur die Beine. So kommen Sie garantiert wieder in Bewegung. Die integrierten Noppenrollen bieten Ihnen eine angenehme, entspannende Massage. Außerdem erhalten Sie, wenn Sie heute noch bestellen, den Vita-Rider-Trainingsmonitor im Wert von 30 Euro gratis mit dazu. Der Monitor lässt sich leicht am Gerät anbringen und hält Ihre Erfolge fest, wie Trainingsdauer, Anzahl der Wiederholungen, Entfernung und sogar verbrauchte Kalorien. Also rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie im Internet unter www.tristardirect.de und bezahlen Sie per Nachnahme, Kreditkarte, Banküberweisung oder bequem per Rechnung. Lassen Sie sich dieses fantastische Angebot nicht entgehen und radeln Sie sich fit mit dem Vita-Rider. Bewegung ist sehr wichtig, um gesund zu bleiben. Doch wenn wir älter werden, bewegen wir uns oft immer weniger. So viele Menschen sitzen den größten Teil Ihres Tages. Stundenlang verbringen wir jeden Tag vor dem Computer oder dem Fernseher. Vielleicht leiden Sie unter Arthritis oder denken, dass Fitnesstraining Ihnen nur noch mehr Schmerzen bereiten würde. Studien haben ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit von Stürzen bei älteren, wenig aktiven Menschen höher ist, da sie nicht über die Kraft und das nötige Gleichgewicht verfügen, um Stürze abzuwenden. Doch regelmäßiges Training, wie schon ein paar Minuten auf dem Vita-Rider jeden Tag, können sich positiv auswirken. Beim Vita-Rider müssen Sie noch nicht einmal aufstehen, um in Bewegung zu kommen. Das Schöne am Vita-Rider ist, dass er kompakt und leicht ist und man damit Arme und Beine gleichzeitig trainieren kann oder auch nur die Beine. Die Hauptsache ist doch, dass man sich bewegt. Und wie schon gesagt, Bewegung heißt Gesundheit. Wir wollen natürlich, dass unsere Eltern aktiv bleiben. Denn Bewegung ist gut für die Gelenke. Sie können nicht mehr zum Joggen oder ins Fitnesscenter. Daher ist das eine tolle Alternative. Man kann bequem zu Hause trainieren, sogar beim Fernsehen oder auch draußen. Der Vita-Rider ist ein großartiges Gerät. Sogar für Menschen mit kardiovaskulären Beschwerden oder Diabetes. Denn der Doktor empfiehlt, dass sie sich mehr bewegen. Und der Vita-Rider hilft ihnen wunderbar dabei, die Durchblutung anzuregen. Ich kann den Vita-Rider uneingeschränkt empfehlen. Er trägt dazu bei, das Wohlbefinden und die Fitness zu steigern. Und das Leben wieder mehr zu genießen und wie früher aktiv zu gestalten. Mir ist aufgefallen, dass ich immer häufiger herumsaß, je älter ich wurde. Und meine Motivation ließ auch nach. Ich konnte mich zu nichts mehr aufraffen. Dadurch habe ich auch zugenommen und ich fühlte mich öfter unwohl. Der Vita-Rider hilft mir dabei, meine Durchblutung anzuregen. Und ich fühle mich energiegeladener. Ich bin jetzt auch wieder viel aktiver und ich kann den Vita-Rider ganz ohne großen Aufwand benutzen. Der Vita-Rider bedeutet für mich ein vitales Leben. Er gibt mir mehr Energie. Er motiviert mich. Und ich stelle fest, dass ich dadurch auch wieder öfter unter Freunde gehe. Ich fühle mich einfach wohler mit mir selbst. Mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein sind gestiegen. Weil ich mich einfach rundum wohler fühle. Wir haben ein Freizeitzentrum in St. Petersburg in Florida besucht und dort beim Vita-Rider-Fitness-Training zugesehen. Schauen Sie mal. Viele meiner Kunden sind Menschen im besten Alter, wissen Sie? Und das Wichtigste ist, in Bewegung zu bleiben. Und das sage ich meinen Kunden auch immer wieder. Man muss in Bewegung bleiben. Man muss versuchen, sich seine Beweglichkeit zu erhalten. Und der Vita-Rider ist einfach ein fantastisches Trainingsgerät. Ich bin froh, dass ich meinen Klienten das Vita-Rider-Training anbieten kann. Sie haben Spaß dabei und machen es zu Hause weiter. Sie trainiert während der Abendnachrichten und ich manchmal auch, wenn ich am PC sitze. Ich habe viel zu tun und während ich zu Hause am Laptop arbeite, kann ich ganz nebenbei mit dem Vita-Rider trainieren. Es ist die Art von Heimtrainingsgerät, die jeder benutzen kann. Ich habe sogar Klienten mit körperlichen Beschwerden und Einschränkungen, die ihn gerne benutzen. Ich finde, er ist wirklich für jeden ideal. Mir gefällt am besten, dass ich Arme und Beine gleichzeitig trainieren kann. Besonders das Training der Beine ist mir wichtig. Denn ich hatte vor ein paar Jahren eine Knieoperation. Und wenn ich nicht auf eine ausreichende Bewegung achte, fühle ich mich sehr steif. Mit dem Vita-Rider bleibe ich in Bewegung. Ich mache es jeden Morgen und das ist ein prima Start in den Tag. Sie haben Experten und Menschen wie du und ich gehört, die vom Vita-Rider begeistert sind. Und sie haben gesehen, wie er tatsächlich Leben verändern kann und den Menschen dabei hilft, ihr Alter aktiv zu genießen. Keine komplizierten Trainings, keine anstrengenden Übungen. Das Training mit Vita-Rider ist einfach und effektiv. Er hilft Ihnen, Ihrer Gesundheit zuliebe in Bewegung zu kommen. Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich dieses Angebot. Bestellen Sie Ihren Vita-Rider online oder rufen Sie jetzt an. Kennen Sie das? Wenn wir älter werden, sitzen wir häufig zu viel und bewegen uns zu wenig. Wir sehen fern oder lesen. Wir wissen, dass wir uns mehr bewegen sollten, können uns aber einfach nicht dazu aufraffen. Kommen Sie jetzt wieder mehr in Bewegung und holen Sie sich Ihre Lebensfreude zurück. Mit dem Vita-Rider können Sie die Trainingsintensität selbst bestimmen. Der Widerstand ist einstellbar. Egal ob Anfänger oder Experte. Sie können langsam anfangen und sich allmählich steigern. Das gemäßigte Training mit dem Vita-Rider fördert die Durchblutung, ist gut fürs Herz, hilft Ihnen bei der Gewichtskontrolle und kann sogar das Gleichgewichtsgefühl und die Konzentration verbessern. Den Vita-Rider können Sie überall benutzen. Zu Hause beim Fernsehen, während Sie lesen, sogar im Freien an der frischen Luft oder beim Musik hören. Und das Beste, Sie können auch nur die Pedale des Vita-Rider benutzen und überall trainieren, wo Sie wollen. Außerdem bietet der Vita-Rider diese angenehmen Noppenrollen, die sanft die Füße massieren und die Durchblutung stimulieren, wie eine Mini-Reflexzonen-Massage zu Hause. Sie müssen nicht ins Fitnessstudio gehen und brauchen sich auch keine Gedanken übers Wetter zu machen. Ob Regen oder Schnee, den Vita-Rider können Sie jederzeit ganz bequem bei sich zu Hause benutzen. Er ist robust, leicht und so kompakt, dass man ihn überall benutzen kann. Und er ist zusammenklappbar. Was ist Ihnen Ihre Fitness und Vitalität wert? Bestellen Sie Ihren Vita-Rider jetzt zum sensationell günstigen Preis von nur 79,99 Euro. Sie erhalten den robusten, leichten Vita-Rider, der sich bequem auf Ihre Bedürfnisse einstellen lässt. Trainieren Sie Ober- und Unterkörper gleichzeitig oder auch nur die Beine. So kommen Sie garantiert wieder in Bewegung. Die integrierten Noppenrollen bieten Ihnen eine angenehme, entspannende Massage. Außerdem erhalten Sie, wenn Sie heute noch bestellen, den Vita-Rider Trainingsmonitor im Wert von 30 Euro gratis mit dazu. Der Monitor lässt sich leicht am Gerät anbringen und hält Ihre Erfolge fest, wie Trainingsdauer, Anzahl der Wiederholungen, Entfernung und sogar verbrauchte Kalorien. Also rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie im Internet unter www.trystardirect.de und bezahlen Sie per Nachnahme, Kreditkarte, Banküberweisung oder bequem per Rechnung. Lassen Sie sich dieses fantastische Angebot nicht entgehen und radeln Sie sich fit mit dem Vita-Rider. Sie sahen eine Verkaufssendung für Vita-Rider von TriStar Direct.